Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Nobby's Kochstunde und wir machen ein Partybrot, das genau zu dieser Jahreszeit passt. Wenn man im Garten mal eine richtig schöne Grillparty machen möchte und natürlich ein sehr sehr gutes Partybrot mit auftischen möchte. Da geben wir erstmal die Zutaten, die wir für den Teig benötigen. Eine Schüssel, das wären weiche Butter, Eier, Mehl, Salz, Zucker, natürlich Milch mit der Hefe. Alles kommt in die Schüssel rein und das kneten wir so richtig gut durch. Aber nur kurz, weil wir lassen den Teig dann für 20 Minuten ruhen. Während jetzt der Teig für 20 Minuten ruht, können wir ja schon mal die Frühlingszwiebeln vorbereiten. Die klein geschnittenen Frühlingszwiebeln, die kommen nachher später auf den Teig drauf. Gut, die 20 Minuten sind rum, also bereiten wir die Arbeitsfläche vor, indem wir die bemehlen und den Teig darauf geben. Den Teig kneten wir dann für 10 Minuten durch. Richtig schön kräftig lange. Den durchgekneteten Teig dehnen wir dann in die Länge und geben den in den Teigbrutkasten. Dort kann er noch mal für 60 Minuten ruhen. Damit im Teigbrutkasten der Teig nicht fest am Boden klebt, bemehlen wir auch dort die Bodenfläche. In den 60 Minuten werden wir auch nicht untätig sein. Also wir werden uns vier Mozzarella Kugeln nehmen und werden die in Scheiben schneiden. Diese Scheiben von diesen Mozzarella Kugeln, die werden wir dann noch mal in die Hälfte schneiden, weil diese Scheiben stecken wir nachher in den Teig hinein. Da wäre eine ganze Mozzarella Scheibe einfach zu groß. Okay, 60 Minuten sind rum und jetzt schaut mal, wie schön dieser Teig aufgegangen ist. Genauso muss er aussehen. Er hat natürlich sein Volumen mehr als verdoppelt. Diesen schönen Teig, den geben wir jetzt auf ein Backblech drauf mit Backpapier und drücken den Teig etwas platt. Weil später geben wir dann noch einen rechteckigen Tortenring drüber, beziehungsweise drumherum. Aber bevor wir das machen, müssen wir den Teig dann erst mal einritzen später. Aber zuerst mal geben wir flüssige Butter, meine berühmte Knoblauchpaste hinzu, dann noch die Frühlingszwiebeln und Salz und das Ganze rühren wir gut durch. Natürlich geben wir auch ein bisschen frisch gemahlenen Pfeffer hinzu. Und wie schon gesagt ritzen wir den Teig ein, quer und längs. Danach geben wir die Frühlingszwiebelmischung auf den Teig drauf und etwas später drücken wir die halben Mozzarella Scheiben in diese Ritzen rein. Aber bevor wir das machen, verteilen wir natürlich diese Frühlingszwiebelmischung schön gleichmäßig auf der Oberfläche. Das ist natürlich auch jetzt mal ein bisschen Zeit auch den Ofen vorzuheizen und zwar auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Mit dem rechteckigen Tortenring geben wir jetzt den Teig eine rechteckige Form vor. Jetzt mal ab damit in den Ofen für 25 Minuten. Nach 15 bis 20 Minuten sieht es schon mal richtig gut aus. Nach 25 Minuten holen wir dann das Partybrot raus. Seht mal wie schön farbig und bunt das ganze Partybrot aussieht. Ja, dann entfernen wir den Tortenring, geben das Partybrot in eine Form und dann frisch wie es ist, ab zur Party und dann ab geht's. Aber, tja, wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Nobby's Kochstunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Also, ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt am Ball. Uhhh. Das war's.